damit herzliches willkommen zurück wir haben king demon fire auf der liste er hat uns sehr gerne gebracht und gesalzen ich habe mich erwischt wer hat er mich jetzt erwischt ja 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 Was ist das? voll leu, voll leu, voll leu aah, Mensch voll leu, voll leu, voll leu, voll leu voll leu, voll leu, voll leu, voll leu voll leu, voll leu, voll leu hat er nur einmal getrunken? voll leu voll leu, voll leu voll leu voll leu, voll leu 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 Ich hab doch geblockt, Mensch. Das ist doch nicht wahr. Oh, Junge. Okay, jetzt mach ich mal folgendes. Kreisen, Feuerbahn schreien. Ich nehme 10 Essos-Vakons. Ich nehme 10 Essos-Vakons. Ich nehme 10 Essos-Vakons. Ich nehme 10 Essos-Vakons. um 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 Hallo, hier wir sind wieder. Ah! Ah! ich hab doch geblockt mensch wenn es nicht so funktioniert wie es eigentlich soll man ja komm los 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 das war nicht beabsichtigt dass du springst und mir wirklich zeit nimmst rolle jungen rolle selber schuld da geht schon selber schuld hier habe ich bohe gehen Okay. Wollen. Was? Ob ich den einfach mit dem Smaughammer, oder wie der hieß? Nein, mit dem Wort. Mit dem Wort Nordventhal Hammer. Äh. Einfach. Erlöschen hätte können. Keule, das waren Keule. Das war kein Hammer. Eine riesige fette Keule. Jesus war nicht. Jesus war nicht. Wenn nicht kommen alternative, doch was die Geräusche für dich ist. Blocken, Junge. Blocken, Spielen. Oh Gott. 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 Ich hab doch geblockt Das kannst du jetzt mir nicht erzählen Dass der das nicht geblockt hat Alter Och komm Ich mach da einen auch aggressiv 4 4 4 4 가 1 3 3 4 3 4 4 5 4 6 6 5 Kamera Wenn du Kütte machst, dann stupfst du. Oh. Okay. Okay. die bekommen wollen aha aha, geblockt ok, die Bob blocken ok, der macht das Ding oh bitte, mach das Ding blocken, 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 nein so so jetzt überhaupt ja ich weiß, dass ich ja noch das kann ah, hier bin ich nein, weiter passt nein, weiter passt hm hm ja 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 nice nice 27.500 Uiuiuiui. Damit gönne ich mir mal ein paar schöne... Ey, Bonfire. Gluten. So. Und sonst war es das hier? Ja. Yeah. Hey. Immerhin, beim ersten Mal. Jo. Yes. Peace. Reisen. Äh. Feuerbahn schreien. Wir hatten lange nicht mehr in PCs zur Unterstützung, ne? Wir schriften und so auf dem Boden. Okay. Oh, Halleluja. Und in einem Stück. Ja. Yay. Yes. Dankeschön. Was gibt es hier noch? Was ist das? Mhm. Goodbye. Yes. Oh, das Blitz. So, du da. Jetzt du. Yes. Gegenstand kaufen. Alles bitte. Ja. Ebenfalls. Jawoll. Und das ja auch. Dankeschön. Hm. Ah, yes. Verkaufst du auch Wurfmacheten. Okay. Hm. Hm. Ashen One. Be sure. Ja, bring mir doch wieder einige Seelen. Hm. Hm. Lutlet. Was hast du Neues? Ich hab doch hier einen Dämonenkönig besiegt. Wortwörtlich. Aha. Dankeschön. Hm. Wann sind wir beginnen? Was gibt's Neues? Okay. Das ist, glaub ich, neu. Ist das hier neu? Ich weiß nicht mehr. Benötigt Objekte. Ah ja, Seele des alten Timonenpönigs. Jawoll, das ist neu. Aber ist das gut? Wofür ist das hier gut eigentlich? Diese Waffe hat das alte Iterlis überstanden und ist mit den Überresten der Chaoswärme durchwirkt. Chaoswärme? Glühender Durchhaltewillen. Er ankert die Waffe im Boden, erhöht kurzzeitig die Balance. Ein schwerer Angriff mit wiederholten Schlägen auf den Boden löst feurige Explosionen aus. Oh. Gibt's neue Pyromantie? Triebe den Feuerkeeper nicht mit Dyskürtesie. Kein Problem. Äh... Äh... Du da... Äh... Nein. Der Pyromant. Du da. Du da, du da, du-bi-bi-bi-di-di-di-da, du-bi-bi-bi-di-da. Gibt's was Neues? Nein. Nein. Wirst du eigentlich noch mal... Eine Menge... Was war das? Ah, Reparatur. Mhm. 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 Verschwendung leider. Verschwendung leider. Äh... Verschwendung des Zauberplatzes leider. Soweit. Versuch der Nebel. Versetzt... äh... Setz deine Nebelwolke frei, die die Peter zerrt, okay? Ahoristischer Köder. Denkt Gegner mit fernem Geräusch ab. Oh, riecht nett. Hm? Testerfeier auf meine Äder. Blah! Okay. Komm wieder. Komm wieder. Was hast du da? Oh, Champineva. Wolltest du ihm... Ja, 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 ja. Was hattest du denn? Ah, ja. Okay. So, das du... Ah, ja. Okay. Dankeschön. Goodbye. Was hattest du eigentlich nochmal? Speak thy dishonorable, Lu. Na gut, Gegenstand kaufen. Gibt es was Neues hier bei dir? Hm. Naja. Was macht das Ding eigentlich nochmal? Lebensentzug. Oh. Eine Waffe, die eine einzigartige Kunst aus London dem Reich der Höhlen hervorbringen kann und eine Relikt der Urschlange sein soll. Die Winsterhand entziehen ihren Opfern ihre Lebensessenz. Sie kann auch als Schild verwendet, aber nicht weithinig geführt werden. Fertigkeit Lebensentzug umschließt das Opfer und stiehlt seine TP. Kann nur gegen Menschen eingesetzt werden. Klingt interessant eigentlich. Hm. Lebensentzug. Heilt das auf? Stiehlt seine TP? Ich glaub ja. Ich glaub das heißt, dass es heilt. Hm. Our Lord, Anish. Knows thou of a maid named Amrie? Ja? She's hollow. And will join thee in wedlock. What? A fellow of mine guides her at this moment, when the time is ripe. Thou mayest make thy salutations. What? For what Lord taketh nose vows? What? Till we meet again. May the darks... What? Wie, Alex? Oh, Champion, du möchtest... Nein, das ist Irina. Hast du eine schöne Reise, Champion-Rash? Hä? Ehe... Ehelichen? Kann man hier heiraten? Als ob. Hä, warte. Hä? Hä? Da stand jemand. Ähm... Okay. Ist der Depri eigentlich noch da? Der... Nein. Der Deprikus Maximus? Vergess dich immer wieder, Junge. Oh! Scheint weg zu bleiben. Okay. Ich dachte, der sich mir irgendwann mal als Feind entgegenstellt oder so. So als Finstergeist, weißt du? Mann, Mann, Mann. Ach, na, sieh mal einer, guck wer da wieder steht. Hi. Hey. Now invade and pillage all you like. And if you grow weary of your duty, you too may become a finger. Come on, give yourself to Rosaria of the... Hehehe. Oh, du bist blöd. Ich mag dich nicht. So. Ja, jetzt... Äh... Ich glaub den... Essos-Plakon kann ich wieder... zurück umwandeln mit einem... Neuner. Er... Ah, well, tis good to see you in good health. What needs? Mhm. Mach... Wenn du noch maletreigst du? Geste? Ergut! So,'s? Maa... Ja, infuse em, ich meinengpainer. Ofe... Viele… Ich bin jetzt. Ich bin jetzt nicht... Es kann... Es kann ich nicht... Es kann ich dir nicht. Ja, das kann ich nicht nicht. Entschuldigung. Ich habe Kuh gedrückt. Entschuldigung. Wie viel Schaden habe ich ihm gemacht? 95? Okay. Reisen. Jetzt. Alt-Dämonenkönig. Grip. Würde ich mal sagen. Grip. Grip-Dämonenkönig. Grip-Dämonenkönig. So. Hier gab es uns nichts, ne? Aber er war einfach nur da. Was sind denn die Kreaturen, die da am Boden liegen? Wollte Molen vielleicht. So, jetzt geht es da unten weiter. Wow. I almost killed myself. Die Brücke. Was gab es bei der Brücke eigentlich noch mal? Gibt es da was Neues? Äh, wo war die... Das da war's, ne? War weiß der Gruft. Und ich mich nicht die Irre. Dööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööne. das war schotte ihre was haben die ihren eigentlich für eine nationalmusik oder typisch irische musik ich meine im schild kann ich immer wieder oder komm ich glaube so wieder herum stimmte was warten jetzt da oben eigentlich ich meine okay hier unten haben wir alles nein da haben wir noch nichts abgeschlossen das war nicht nix haben wir hier abgeschlossen so ach jetzt ist die brücke plötzlich wieder da jetzt ist sie wieder da okay das daran dass ich hier aschelglut bei mir aktiviert stimmt ja da war ja noch die mimik ich die jetzt nie nein 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 um die können wir uns später spezieller gibt er nämlich so ein trick weil ich möchte so gut es geht alle nut haben also alles finden was ich finden kann mit gutem gewissen gutem gewissen äh und bei der mimik da brauche ich ein paar sachen brauche ich noch so ein paar sachen erst mal zur brücke ist da oben irgendwas neues jetzt reisen bedrohbar hier das hier das wird doch hier oder ich glaube ich glaube ja ohne töter großteil okay hier war ich glaube ich slapped äh .. so so hier waren die ratten so isel ooh IO OWA river OWA sap ne doch das war hier oder? ich bin gerade verwirrt theoretisch Das war hier Hier特 i Da war der Boss, das war vor dem Boss. Das war das, wo es weiter runter ging. Doch, das war hier. Ich muss nur ein bisschen laufen. Okay. Da guckst du. Da guckst du. Nein. Ich habe nicht gefehlt. Ich habe nicht nur ein Successchen. Oh, ist er Ist er da gerade Kann ich eigentlich Oh oh Okay, ich darf überhaupt nicht auf der Kinsen Okay Wir leben doch noch, oder? Wir leben noch Warum ist hier so ein kleiner Putten-Dings Ich habe keine Ahnung Aber echt Na gut, gehen wir einfach nach unten weiter Achso, ich dachte, ihr lebt noch Okay Nein Ich habe den bekommen Von irgendwoher Okay Gut Reisen wir mal Äh, zum Da hin Zum Da hin, gut zu Deutschen Schwerer Polizen Yes, yes Oh, da hin Na Schwerer Hallo? Okay! Hey! Das ist dieses Demonen-Frick, was mich mit Toten war, oder? Oha! Okay! Hey! Diesen... ...da! Okay, komm! Ja, gut! Ah, aber es ist so stark wie ein Dickwächtig! Sehr Dickwächtig! Ey, das kann ich auch! Oh, danke schön! Ja... Äh... Ja... ... 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 das? Oh, das sind viele. Okay, und Kugeln, die eine Lebensanzeige haben. Okay, gibt es Knöpfe auf den Boden? Nicht, dass ich mich hier selber, keine Ahnung, in Flammen stecke. Ah, ja. Ach, na, wie man einer guckt. Wen haben wir denn hier? Unser Kollege ist aus dem Sumpf. Was war das für ein vibrierendes Geräusch? Scheinbar wohnen die hier. Okay. Wie kommt die in den Sumpf, wenn die durch die dunklen Dinger... Oh. Wenn die durch die hier... Na, diese dunklen Ritter da nicht kommen. Oh. Nein. Hilfe. Hier komme ich weg. Ich bin wenigstens. Ich bin wenigstens. Du bist nicht. Ich bin wenigstens. Okay. Ich bin zu gut, wie gut geht's. Ich bin wenigstens. nein der heilen soll das war die blut die habe ich nicht lange behalten das waren ja viele hier unten ist scheinbar dass dieses dämonenfeuer krühen kreis oder was auch immer an ja ja ich stehe nicht klein oder was Okay, interessiert euch. Was? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das war diese Gluts? Okay, lassen wir mal die Gluts eben. Das war die Glutsch. Ach, das Ding hat jetzt noch Anvisierung. Okay, das war die Glutsch. Okay. Ich bin nicht mal gespannt. Nee, 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 nee. Wow. Wow. Einfach nur wow. Okay. Hey, danke schön. Das war's. Oh. 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 An! Kling, Glöckchen, klingelingeling, Kling, Glöckchen, klingeling, Kling, Glöckchen, klingeling. Und hoch auf die Wurfmesser. Warte, schichwunde. Ey, cool, dankeschön. Das kann sich jetzt in die Unendlichkeit ziehen, okay. Gut, das weiß ich so, wie ich es geplant habe. Na komm, Michael Jackson. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Doch nicht, Mann. Ja. Oh mein Gott. Der will mich ja austäuschern. Hast du was für mich? Nein. Okay. Was? Oh, f***. Kannst du was? F***! Klingeln! Was? 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 es ist einer ok 2 doch definitiv zwei jetzt kannst du doch nicht erzählen dass der meiner ist das ist das weiner was der verein hat dadurch umarmen will heute passt junge das ist doch nicht ein hoch auf das eis das ist mein feuer wer ist dort oh man natürlich habe ich denn nicht was auch sonst will das ist doch nicht das ist doch nicht ja 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 Und das sind sie jetzt noch mit Pizze gelegt. Ist er tot? Der ist tot. Weißt du, ich sehe das nicht, Junge? Was ist das? Hä? Alter, Leute, das ist ein Deckenkriecher. Aber was ist das? Junge. Warte mal. Was bist denn du, Alter? Du bist irgend so ein Spulding. Alles klar. Du bist auch noch oft Stein. Ah, ja, 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 ja. Lass mich raten, du brauchst eine Packel. Hm. Ich hoffe, der holt mich nicht ein, weil ich hier eine Packel mir raussuche. Das macht Sinn. Das ist uncool. Ich hoffe, der wird gleich. Oder der ist sehr resistent. Ach, der ist tot, okay. Okay. Na, ja. Kein Blut, okay. Du hast hier eine kleine Leckmisch-Ecke. Da runter gehe ich nicht. Okay, wieder eine Stunde. Äh, folgendes. Wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin... Äh, tschüssi. Aber erstmal kehre ich noch zum Bonfire, zum Leuchtfeier zurück. Hm. Ja, es wird hier ganz schön nervig. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020